Hallo und Herzlich Willkommen liebe Freunde in der Gesprächsunterhaltung zu diesem Video, mal kein Infovideo, sondern ich möchte mich einfach bei meinen Abonnenten und bei meinen Zuschauern, die vielleicht mal nur so reinsteppen, aber sonst einfach mal einige YouTuber abchecken, bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Jahr 2019. Es hat mir Spaß gemacht für euch, mit euch zu let's playen, also für euch zu let's playen, euch auf meinem Kanal Kanälen begrüßen zu dürfen, sowohl auf Miki als auch auf let's play Miki, die beiden Kanäle, dass ihr da dabei wart, mich begleitet habt, durch Höhen und Tiefen, Stress und Fluchen und Nerven verlieren und ja, wir hatten viel Freude, viel zu lachen auch teilweise. Ich hoffe zumindest, dass wir ab und zu mal lachen konnten bei den ersten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch im nächsten Jahr wieder so weiter begleitet auf den beiden Kanälen und ich bedanke mich bei allen Abonnenten, die mich eben abonniert haben, das freut mich natürlich, dass ihr so zahlreich wart und auch, ich bedanke mich natürlich auch bei denen, die nochmal so reinsteppen und sonst nicht, oder mich nicht abonniert haben, auch das ist okay. Ich bedanke mich, dass ihr einige Videos bewertet habt und die Zukunft und das Jahr 2020 wird zeigen, was ich noch für spiele, oder ich verspiele, oder ich verspiele, let's playen werde, für euch. Das let's playen wird auf jeden Fall weitergehen. Ob das nun mehr let's plays sind auf let's play Miki oder mehr let's shows, let's fans und etc. pp und gedöns, das wird sich zeigen. Ich denke mal, es wird mehr der Kanäle bedient werden. Aber natürlich auch werden die let's plays nicht ad acta geregt. Also, um es nochmal zu sagen, kurz zu machen. Danke für das Jahr 2019 und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch eine schöne Nachweihnachtszeit. Ihr habt ja selbst gesehen, dass ich Weihnachten nicht gestreamt oder let's played oder was auch immer. Ist ja auch wohl verständlich zu Weihnachten. Deswegen sage ich euch eine schöne Nachweihnachtszeit und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht nicht zu doll. Und ja, ansonsten kann ich noch sagen, bleibt mir gewogen und bis denn dann, euer Miki. Game on!